Guten Morgen Welt, hier bei Manualash und heute seht ihr mal auch wieder eine Special Edition, diesmal von GTA 5. Tja, ganz edel hier mit ein bisschen Schaubstoff, weg damit. Schauen wir uns erst die Rückseite an, habe ich ganz vergessen. So, bitte scharf stellen, liebe Kamera, danke. Also, wir sind hier in Los Santos. Pipapo, paar Autos, paar Boote, paar Schießereien, die drei Kollegen, die wir ja auch selbst, wo wir selbst Hand anlegen dürfen. Komm mal raus hier. Das ist einmal die Blaupause der Karte, so wörtlich. Und ja, was sollte da noch so drin sein? Natürlich eine Steelbook Edition from the GTA. Okay. Ah, okay. Na komm. So. Nee, gar nicht ein Bilde. So, weg damit, damit auch weg in den nächsten Mülleimer damit. So, das ist die Sexy Lady auf der Disc. Jetzt haben wir hier ja auch wieder eine Karte dabei, diesmal als normalfarbig. So Rockstar Club mäßig. Und den Code werde ich euch jetzt mal geschickt verdecken. Bitteschön. Und zwar, das ist gar nicht so interessant, sondern das ist interessant. Da ist dieses Luftschiff dabei. Ja, also ein super Boost für die Autos. Und ein Stunt Flugzeugprüfung, Bonus-Outfit und so weiter, etc. Und zur Karte. Zu dieser Blaupause, so wie es wörtlich in dieser Beschreibung stand. Und jetzt machen wir uns, seht ihr auch schon noch die Maus vom PC. vom Leppi-Doppi. So. Und jetzt gehen wir mal langsam noch rum. Das ist jetzt sogar falsch rum. Und zwar so ist es richtig. Gehen wir wieder ins Hochformat. Und da seht ihr die ganze City plus Umwelt. Da unten ist die Legende. Bisschen Straßen und so weiter. Das ist Los Santos. Was da das rote Eingekringelte ist, das kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen. Was hat hier? Leicht verdientes Geld für Fahrzeuge. Hier sind schon ein paar Tipps hier. Ja genau. Unterschlupf, leichtes Geld, getunete Schlitten. Ja und da sehen wir schon, da ist schon einiges. Also ein paar kleinere Dörfer würde ich das mal nennen. Das sieht aus wie ein Flughafen hier. Und natürlich dann auch Waldberge und Wiesen. Ja, ich bin ja ein etwas schnellerer Anpacker, würde ich mal anopeningen. Wie auch immer. Das war GTA. Das war auch GTA. Das war die Hülle. Mit Spezialding. Da ist dann auch nochmal die Karte dabei. Die ist so ziemlich dieselbe in grün. Fast wörtlich. Beziehungsweise in blau. Machen wir die auch nochmal schnell auf und zeigen es dann auch nochmal kurz her. Die ist einmal so gestaltet. Quasi in Farbe. Los Santos und Blaine County. Und das ist dann Los Santos im Spezifischen. Scharfstellen bitte. Danke. Ja, sieht einmal ganz nett aus. Wie gesagt, wenn ihr das auch haben wollt. Dieses Let's Play. Wenn ihr das nicht schon woanders geguckt habt. Beziehungsweise gucken werdet. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich es halt auch aufnehmen bei euch sonst. Also für euch. Sonst werde ich da einfach ganz klar. Ganz klipp und klar. Einfach nur fünfmal für mich spielen. Das wäre auch wieder mal eine. Ja. Ein Debüt würde ich fast sagen. Und es kam heute noch was an. Und zwar das schmucke Schmuckstück hier. Und dazu machen wir ein eigenes Let's Unpack Opening. Wie auch immer. Und da sehen wir uns im nächsten Ding. Bis dahin. Sag ich guten Abend. Ciao Freunde. Hab die Ehre. Ciao. Ciao.